ist das leben nicht viel geiler mit sonne doch ich glaube schon es ist montag morgen gestern war unser loot für die welt spezial jetzt geht's ab ins büro wo wir haben zwei drei vier calls ein paar sachen besprechen die offiziell 300 zur folge podcast aufnehmen und ja ich glaube das war's schon heute abend ist ein primetime show ohne mich denn ich gehe zur moon night disney premiere und treffe sogar oscar isaac ich freue mich drauf wir haben podcast aufgenommen gerade endlich der mann ist zurück ist gesund heute wir können so froh sein dass paul heute schon den ganzen tag gewollt hat weil ich war leider nicht fleißig ich habe das heute noch nicht geschafft heute war das erst meine zweite aufnahme heute aber aber wir fangen ab morgen ab dienstag gibt es richtig viel freunde ich sag mal richtig so hat nämlich jetzt auch eine vloggingkamera das heißt ab jetzt gibt es drei perspektiven richtig krass und ich gehe jetzt tschüss wir sind jetzt ein schwenk über moonlight das lass mich arbeiten nach arbeit aber aber nicht so wie immer so ein gutes mal gut diesmal gut wir sind hier jetzt bei der doch natürlich guck dir doch mal das schöne ambiente da oben an jeden fall sind wir heute bei der moon night preview von wir sind heute bei der moon night preview von disney plus und man sieht da ein plakat da sieht man von aaron der mir wichtige hinweise gibt wie das ganze läuft und ansonsten sieht es einfach also ich meine jetzt mal ernsthaft für eine location ist das schon ziemlich nett ich nehme der zweite hat saniert wie nochmal bitte abon ich bin mir zu unsicher ob ich das mal richtig ok wie schön das ist hier willkommen übrigens in silent hill heute morgen ist wieder besonders wild was das wetter angeht aber wie gesagt die silent hill vibes kommen die sind ganz nice einen wunderschönen guten morgen an dieser stelle es ist dienstag copy and taste tag heute wird sport gemacht aber bis dahin habe ich leider erst mal einen weiten weiten weg vor mir also auf nach berlin mitte auf ins office auf ins berliner straßenverkehr chaos und hier ist alles noch stockdunkel macht aber gar nichts weil ich wollte sagen ganz großkotzig ich weiß ja wohl licht ist hat er nicht so gut funktioniert ich mache jetzt hier einmal so weit alles an dann muss ich das hochladen dann geht es weiter in der küche schnell umziehen und dann runter zum sport das ist der plan jetzt erst mal 9 uhr das erste mal dass ich vlogge entschuldigt ich habe es gestern einfach nicht geschafft der tag war ein bisschen sehr wild genau deswegen bin ich jetzt auch unten nicht beim sport ja da sind flo und kata gerade die fleißig trainieren welch jetzt normalerweise auch aber ich habe es gestern nach dem live stream einfach nicht mehr geschafft den podcast noch hochzuladen deswegen mache ich das jetzt eben schnell haben wir gestern aufgenommen der muss ja online kommen ihr braucht unterhaltung freunde deswegen verzichte ich jetzt mal gerade auf meinen und hier in sport im anschluss gibt es copy and taste flo ist ja wieder seit gestern im büro heißt wir starten voll durch bei copy and taste muss gleich noch ein bisschen was aufgeräumt werden vorbereitet werden und dann geht es rein in den live stream freunde wir sind mittlerweile in der küche angekommen und sind in den letzten vorbereitungen für copy and taste wir haben uns gerade ganz spontan entschieden weil wir machen so sliders da brauchen wir so höhere brötchen die sind natürlich nicht so ganz einfach zu kriegen wir haben einen back up plan wir haben brioche als bäcker plan aber was wir auch haben ist der pizzateig der seit einer woche im kühlschrank ist ja es ist ein stück weit experimentellen vor allem ist er halt noch arschkalt ja den machen wir jetzt einmal warm aber ja es ist experimentell ich meine es gereift im kühlschrank geil für teig aber ich finde auch deine idee mit der klarsichtfolie und dem herd echt richtig für 40 grad ist der stufe da passiert nichts also ich hoffe nicht dass klar sich vorher bei 40 grad schmilzt das wäre sehr besorgnis erregend seite er kann aber wir machen so kleine bällchen und dann schmeißen wir die hier in diese form und dann schmackig ja bäm rein und dann gucken wir mal ob das vielleicht funktioniert wir haben noch nie sliders gemacht finden wir raus das ist gesund das muss so aus es sieht furchtbar aus es ist relativ furchtbar das hast du doch vom see oben abgeschöpft exakt los gerade los paul düst jetzt los und erst 15 30 quasi fast du hast ja gar nichts aufgenommen ist kein punkt ich habe gestern nichts aufgenommen ich hast gestern deswegen machen wir das jetzt zu dritt ja es ergänzt sich wunderbar aber wir versuchen alle noch ein bisschen besser reinzukommen ins blog copy and taste ja das ist noch übrig damit ihr mal das aftermath seht wer zugeguckt hat im livestream zwei stunden sind noch über jan gönnt sich jetzt direkt eins und ich mich vielleicht das andere und dann ist das leer ja hier wird nichts an essen weggeschmissen ich mache jetzt mit mit den mädels noch ein bisschen planung und dann gucken wir mal kata hat so ein bisschen plan gemacht für social media da wollen wir auch wieder so ein bisschen durch starten das ist spannend jetzt kann eigentlich freistrecke auf der autobahn und jetzt muss sich hier runter bremsen auf 70 jetzt fahren hier lauter lkw und die demonstrieren quasi im corso die haben hier überall so zettel und transparente dran runter mit der mineralölsteuer und runter mit der mineralölsteuer und also ich habe jetzt das waren jetzt hier so um die 40 40 lkw haben die noch so zettel dran wo immer steht wir fahren für euch nur wie lange noch wegen der spritpreise macht ja auch voll sinn kann sich ja keine sau mehr leisten aktuell so ein transportunternehmen zu führen deswegen ja da muss doch mal einer was machen so politisches statement für diese autofahrt jetzt geht es weiter ich muss die kamera wegschmeißen hier jetzt bin ich hier im büro angekommen und alles ist schon wieder viel hektischer als es von mir eigentlich geplant war und heute ist pickepacke voll mein plan ich bin heute alleine hier denn ich habe hier meinen stylischen koffer habe ich mit weil ich nachher noch aufnahmen machen will für die songs die ich geschrieben habe sie die streams von uns nicht guckt werdet ihr das nicht wissen ollie und ich hatten ja mal große fresse und er hatte ich gesagt ja komm ganz ehrlich alter so schwer ist es auch nicht und dann habe ich irgendwie der zeit wo ich wo ich roni hatte und krank war habe ich dann beats gebaut und habe texte geschrieben jetzt erst mal drei stück zwei hoffe ich dass ich sie schaffe heute aufzunehmen einer ist noch nicht so richtig noch nicht so richtig fit in der float noch nicht so geil das wollte ich heute auf jeden fall aufnehmen vorher will ich allerdings sport machen ja pickepacke voller tag und heute ist auch noch lag day ich brauche noch so ein bisschen schallabsorber und ich weiß dass wir noch irgendwo im office baseltec platten haben und die suche ich jetzt gerade ich muss kurz runter in unseren fundus in der hoffnung dass da noch welche sind we will see ich präsentiere unser fundus hier ist wirklich hier ist wirklich fuß chaos das sind übrigens zwei kinosessel und uns schwer erkennen kann die ollie und ich von der straße mit hochgeschleppt haben die hat irgendjemand aussortiert jetzt suche ich wie gesagt solche platten ich bin fündig geworden da sind noch ein paar aber das sind nur drei stück das wird mir nicht ganz reichen ich habe aus unserem ungenutzten studio oder aus meinem ungenutzten studioraum das muss jetzt reichen perfekt nie eine bessere konstruktion gesehen für ton der ist ja jetzt schon fantastisch damit bin ich nicht einverstanden kannst mit duct tape aus polen reparieren die ihre taxis hier hält das nicht eine schaumstoffplatte ganz wichtig übrigens für nicht nur für guten sound ich brauche auch immer was für was mich motiviert mann deine mutter motivier mich so halt das mal danke das ist perfekt sauber das fühle ich toningenieure und architekten dieser welt verneigt euch vor jedem der das anders macht als ich super lustig weil ich mir vorstelle wie leute wirklich gerade so zusammen trinken physischen schmerz haben bei dem was sie sehen aber ich muss euch auch ganz ehrlich sagen so training heute alleine und ihr seht es immer im hintergrund wenn ich alleine trainiere dann entweder mit kopfhörern im fitnessstudio oder wenn ich irgendwie zu hause bin oder hier habe ich immer dokus laufen meistens halt die crossfit dokus oder irgendwie so irgendwelche sportler dokus und biopics und so finde ich wahnsinnig motivierend ja heute meine bauch so das war schön meine beine sind komplett wackelpudding jetzt noch bisschen cooldown auch mache ich heute nicht mehr ich habe durch die roni infektion merke ich dass ich immer noch nicht wieder voll da bin ich bin wirklich merke einfach mir tut so alles weh und ich bin überhaupt noch nicht so offen dann wenn jetzt am bauch daran hängen würde weil es echt viel und das sind so total geschichten die einfach so anstrengend sind traue ich mir gerade noch nicht zu da muss man dann auch so sehr hat mich schmerzt einfach auf sich hören plus gibt mir nach hinten hin noch ein bisschen zeit weil ich jetzt den rechner aufbauen muss und so damit ich jetzt aufnehmen kann also ich bin sehr gespannt ich werde wahrscheinlich einfach von mir selber den cringe tod sterben das wird super vielleicht wird es auch eine katastrophe wir werden sehen es youtube hier alter ganz ehrlich ich gebe zu das ist jetzt ein bisschen etwas spezieller rent aber jetzt mal ohne scheiß pass auf achtung und zwar ihr kennt ja bestimmt hier diese seiten wo dann immer double tap to see the magic happen damit das herz hier diese form ausfüllt warum zum fick kriegt ihr es nicht gebacken hier dass euer scheiß herz dann auch in eure scheiß clickbait form passt ihr dumm affen so das ärgert mich ok ok manchmal frage ich mich wirklich warum ich dinge so tue wie ich sie tue ich rausgekriegt habe hey ich weiß überhaupt nicht wie ich mich monitoren kann also hier ist jetzt meine aufnahme ecke es ist das absolute chaos dinge sind immer abgefallen jetzt habe ich die jetzt habe ich die klebestreifen mit einem nagel da reingesteckt ist mir egal jetzt hältst du hast es nicht so gut festgehalten wie sonst du aber danke dass du mir weiterhin moralische unterstützung leistet ja hier ist dann die ganze technik die ich habe und jetzt muss ich noch rauskriegen wie ich in audition mich hören kann und die musikspur hören kann und eine neue aufnehmen kann kompletter blindshot heute das wird super alter das war eine sehr schlaue entscheidung von mir mit meinem aggressivsten ich habe ich wie gesagt ich habe drei tracks jetzt erstmal irgendwie fertig so halbwegs und zwei davon sind ganz ausgereift und wenn man das noch nie gemacht hat dann ist das so ein ziemlicher cringe moment dann ist es so ein fremdscham moment und ich habe mir gedacht das ist vielleicht eine schlaue idee um den zu überwinden dass ich quasi mit dem aggressivsten und lautesten track starte war nicht so schlau ich habe jetzt am ersten tag habt ihr wirklich ficken meine stimme komplett kurzes sneak peek hört sich übrigens ohne musik auf den ohren irgendwie seltsam an ich bin eisdott scheiße drauf kontert total ich ficke jede todsünde dicker ganze sieben mal gucken wie lange das stimmchen dann noch mitmacht so ihr habt selber gesehen wir haben noch gerade eine ganz kurze spontane imprägniergrund lasur aktion hingelegt bin quasi aus dem auto rausgefallen und hat da angefangen kann ja noch fantastische erfindung zeigen und zwar pass auf meine kids haben noch dieses auto und ab jetzt sind davon dass es komplett ramponiert ist weil sie damit fahren wie die letzten säue wäre ich sagen sie haben es von papa aber weil es halt auch so ein china ding ist ist da der akku kaputt gegangen und jetzt wird es betrieben hier einfach im selbstbau mit so einer autobatterie ist alles so mehr oder minder okay aber verletzt sich niemand ist ja eh unter der bank es hat noch keiner schlag gekriegt außer ich einmal beim laden aber das war als es noch hoch experimentell war läuft ich sollte beim tüv arbeiten dann wäre deutschland spannender guten morgen freunde einen wunderschönen guten morgen wir haben es fünf uhr neununddreißig und ich bin auf dem weg ins bureau für sport kennt ihr das hier bleibt einer ampel stehen und denkt euch jetzt muss ich mich aber noch rechts einordnen und da vorne ist ein blitzer heißt ich muss jetzt sehr schnell auf sehr genau 50 km h beschleunigen um auf die rechte spur zu kommen ohne blitz zu werden um es mit jeremy clarkson's worten zu sagen da hilft nur aber dosiert und da sind wir auch schon da bin ich super gespannt drauf ich habe mir hier aus ich weiß ich habe keine Ahnung wie herkommen ich glaube großbritannien oder irgendwas eingepackt sieht es aus wie so ein wish paket aus china kicken wir mal sind auch so protein cerealien ohne zucker also hier so wie so schokopops und honeypops und hast du nicht gesehen bin ich mal gespannt hab ich bock drauf hoffentlich schmeckt ihr nicht scheiße meine freunde es ist donnerstag wir haben gerade 12 uhr und wir haben hier in unserem quiz set gerade mal was ganz neues gestartet nämlich quizfrage für instagram gibt es jetzt immer donnerstags stellen wir euch in der story eine kleine quizfrage und ihr könnt antworten mal schauen wie das läuft flo sitzt hier wie so ein wie so ein goblin ich sitze hier wie fritz meinig gekackt ja an seinem stein was machst du schönes jetzt muss ich news aufnehmen weil wir heute ungefähr eine stunde verzug haben naja ist leider ein bisschen verzug jetzt ist gerade so ein moment kennst du das wo du das gefühl hast irgendjemand hat mehr holt null in den drink gemischt weil ich glaube ich penne einfach auf der stelle ein aber ich mache mir jetzt einen kaffee und das schöne ist an dem kaffee an der kaffeemaschine hier im büro ist das eigentlich beste wenn ich den kaffee gar nicht brauche weil ich instant wach bin weil ich wieder einen tobsuchtsanfall aufgrund der fucking scheißmaschine kriege das ist das geheimnis das ist das geheimnis ich kann dir auch einfach eine baller selber wünscht einfach so einmal quer durchs gesicht slappen da bist du auch wach fühle ich ich warte können wir das inszenieren ja mit deinem penis Oli pack dir wieder ein mann warte warte Flo Flo war zu schnell hat niemand gesehen war es mein penis oder war es sein fuß niemand weiß es niemand weiß es übrigens freunde haben wir euch noch gar nicht gezeigt wir haben unsere urkunde bekommen wir sind die apartenonkels ja gleich doppelte apartenonkels bei Luna hier ist die fantastische urkunde die wir bekommen haben von Luna Grüße gehen raus wir haben auch tolles Merchandise bekommen man muss Kunst betrachten und auf sich wirken lassen haben wir Merchandise bekommen? ja ich habe kein Merchandise bekommen doch wir haben alle Merchandise bekommen what wo hier hier ist Fuchensohn Merch ja nice genau ist da eine M bei guck mal rein ich habe es noch nicht mal aufgemacht freu dich ja wirklich haben weil ich mich ja drauf nicht freue nice ist eine M ist jetzt meine M für meins vielleicht gehts passt auch sehr gut zu meiner pinken Balaclava Balaclava nicht verwechseln mit Balaclava wäre auch gut im Gesicht fühle ich so laufe ich jetzt auf den ganzen Tag rum ganz einfach unkommentiert und ich freue mich jetzt extrem darauf wenn der Postmann kommt ha 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 hast du was auf deinem Gesicht geändert? nein Flo hat eigentlich heimlich gegen Bu gekämpft ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen oh gib mal ein N aber warte lass uns das nicht hier machen wie weit können wir denn auseinander gehen? ne alter nicht loslassen oder? ja ok auf drei ne warte ich sag eins ich sag eins zwei BAM und wir lassen bei BAM aber los auch in dem Tempo ja so eins zwei BAM oh lol alter das war uuhh ziemlich fantastisch ey aber wir waren genau in der Mitte unser Timing war gut alter weiter das hat Spaß gemacht ja irgendwie schön hallo ja ist für dich Flo hallo Hurensohn ok ich soll dir sagen halt's Maula schon ok herzlich willkommen äh zu dumme Ideen mit Flo und Olli ne das ist das war ja ich glaube das ist super ich glaube das trifft dich gar nicht theoretisch wow meine Ohren klingeln wow das ist voll gut krass Freunde 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 mir ist mal aufgefallen dass ich jeden Take in meinen Videos immer mit Freunde anfange ist das nicht irgendwie witzig? Domo kannst gerne immer das Freunde rausschneiden einfach immer nach Freunde ansetzen haha machst du wahrscheinlich nicht jetzt an der Stelle egal äh Donnerstag geht zu Ende äh ist äh 16 Uhr ja 16 Uhr 9 um genau zu sein wir hatten heute super viele Calls mit zukünftigen Kooperationspartnern und äh ganz ganz viele andere Sachen Planung tatsächlich für unseren Umzug ins neue Büro ähm wovon wir ja schon seit einer Weile sprechen aber ich glaub gar nicht so ein Umzug ist tatsächlich dann doch schon sehr aufwändig und bedarf viel Planung vor allem wenn du hier halt so viel Krams rumstehen hast wie wir und ein paar Mitarbeiter mitnimmst und ja aber es wird es wird so langsam wir hoffen tatsächlich noch diesen Monat äh den Mietvertrag für unser neues Büro unterschreiben zu können was fantastisch wäre wäre der glücklichste Olli aller Zeiten wenn das klappt ich freue mich da schon ganz ganz doll drauf und das werden wir natürlich für euch sage ich an der Stelle nochmal ich glaube wir haben das schon mal erwähnt werden wir alles mitnehmen ja wir werden diesen gesamten Umzug begleiten mit Vlogs und Videos und so äh die Planung alles wollen wir da mitnehmen äh nur an der jetzigen Stelle wäre es noch ein bisschen zu früh tatsächlich weil noch nichts unterschrieben ist Freunde freut euch da drauf ich äh düse jetzt erstmal nach Hause und hab heute den ersten Tag in der Woche den ersten Tag in der Woche wo ich abends nicht arbeiten muss ich weiß gar nicht was ich mache vielleicht spiele ich eine Runde Elden Ring ich bin kurz vorm Endboss beziehungsweise ich bin beim Endboss kriegt den aber einfach nicht geknackt ich glaube ich frage nachher mal Dennis ob er mir hilft das ist eine gute Idee das mache ich jetzt geht's und geht es Juhu Juhu Das geht jetzt geht jetzt geht Gitarre Juhu Es geht jetzt hier gerade LSchöööööööööööb Vora, es ist Donnerstagabend, ich hab glaube ich noch gar nicht gewloggt aber die Jungs weiß ich, äh das habe ich gesehen, gehört auf jeden Fall es ist Donnerstagabend und ich bin auf dem Weg zu Geburtstag Nummer 1 heute und danach, ich hoffe die Papa-Energie reicht noch ähh mache ich noch und würde gerne noch bei dem Geburtstag von dem lieben Wilson González Ochsenknecht vorbeischauen. Mal sehen, ob ich es schaffe. Wir werden es sehen im Laufe dieses Vlogs. So Freunde, ja auf jeden Fall Mücke hat heute Geburtstag, Dennis ist auch da und natürlich habe ich Kuchen von Linda mitgebracht. Guter Abend, jetzt werden wir ein bisschen was trinken und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Es ist halb elf, es ist nachts, vor allen Dingen gefühlt für mich. Aber naja, ich finde mal heraus, wie das ist, wenn man noch versucht, abends unterwegs zu sein, wenn man so müde ist. Und vor allen Dingen, morgen ist Morningshow. Kein cleveres Datum, um auf zwei Geburtstage zu gehen, aber ich versuche trotzdem mein Bestes. Das ist die bayerische Botschaft. Hier ist wild. So, das war ein kurzer Einblick vom Geburtstag von Wilson González Ochsenknecht. Mehr gebe ich jetzt nicht, mehr darf man da drin, da drin soll nicht gefilmt werden, ist auch vollkommen in Ordnung. Auf jeden Fall schöne Grüße, war wunderbar, alles Gute zum Geburtstag nochmal. Und es ist jetzt kurz vor drei. Morningshow ist bald. Ich trinke das Bierchen noch aus und dann mache ich mich auf dem Heimweg. War ein guter Donnerstag. Freitagfrüh, wir treffen uns vor der Morningshow. Paul, bin ich durchnächtigt und hat Zimt mit Aspring-Komplex verwechselt. Ja. Oder beziehungsweise... Ich habe das Wort Zimt einfach überlesen. Und es stand, kannst du eine Packung mitbringen? Und ich dachte... Na klar kann ich eine Packung mitbringen. Wenn Flo fragt, muss es das sein? Ja, das ist klar. Wir können froh sein, dass Paul nicht nur beim Dealer war und andere Sachen mitgebracht hat. Das war aber auch so ein Gedanke, der mir heute Morgen erst gekommen ist. Als ich bei Wilson angekommen bin und er kam so... Ey, schön, dass du da bist. Hier, nimm mein Getränk, das ist supergeil, das ist mein fancy Getränk. So, ja. Moment, ich weiß nicht, was da drin sein könnte. Unverdübtlicher O-Tropfen. Shit, Freunde, wir gehen jetzt live in die Morningshow vorher. Ja, wir frühstücken erst mal. Ich habe vorhin mit meiner Kamera gesagt, wir müssen die Dinger da. Diese Cornflakes. Das machen wir jetzt. Gut, dann kosten wir jetzt die Cornflakes. Was war das? Nennen wir sie Omi Knusprig. Grandpa... Das ist Omi Knusprig. Omi Knusper. Grandpa Wabbelig. Das ist richtig geil. Ich kann euch sagen, richtig fett will die. Gestern Abend habe ich schon, du musst die beiden mischen. Okay? Ja. Okay. Tun wir das. Hey, das sieht überhaupt nicht nach Cinnamen aus. Das sieht nach Schokopopse aus. Ich habe das jetzt mal aufgenommen. Alter, aber ich... Boom! Wo ist denn das Fitness? Wo ist denn das Fitness? Oh Leute. I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite. That smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free? So, ich empfiehlt cinnamon coconut. Genau das habe ich mir jetzt auch gemacht. Cinnamon coconut... Oh, guck mal, wie geil ich schwimme. Abgefahrener Geschmackmann. Also bei dem, womit sie werben, was alles nicht drin ist, frage ich mich immer, was drin ist. Was ist drin, ja. Aber gut. Alles, was nicht draufsteht, ist da drin. Crack, Glasscherben. Uran. Heroin. Ja, okay. Hier, Erbsenstärke. Also sie sind größtenteils aus Erbsen. Freitag, Feierabend. Wochenende, Saufen. Ja, geil. Nein, wir sind jetzt noch einen kleinen Firmenausflug am Machen tun, wie man so schön sagt. Wir sind auf dem Weg zu Hokey Pokey, bester Eisladen in Berlin und befinden uns hier gerade auf der Straße, auf der wir, jetzt muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ihr wisst das gar nicht, die erste Version von unserem Musikvideo gedreht haben, die niemals veröffentlicht wurde. Ihr habt ja nur die zweite gesehen, fällt mir gerade auf. Ja, die erste habt ihr nie gesehen. Vielleicht veröffentlichen wir die mal. Ja, jetzt geht es erstmal lecker Eis holen. Ich weiß noch gar nicht, was ich esse. Wir haben verdammt geile Sorten. Ich habe Blaubeer, Lavendel und Banane, Erdnuss, Butter mit Schokoladenstückchen. Wir haben hier, was war das, Hokey Pokey, Haussorte und Vanille, glaube ich. Weiße Schokolade. Weiße Schokolade. Und wir haben Milchschokolade und Basilikum-Apfel. Sehr geil. Wow. Oho. Fruchtig und schmeckt ein bisschen nach Omas Lavendelseife. Ne, schmeckt voll lecker. Erdnuss, Butter, Banane, richtig dicke Stücken drin. Holy fuck. Alter. Okay, das ist eine geile Sorte. Alter, die ist gut. Voll lecker. Richtig schmeckt. Ja, mache ich öfters mal. So nach dem Feierabend schön leckeres Eis essen. Jetzt geht es gleich nach Hause. Feierabend und so. Wochenende. Saufen. Yay. Yay. Morgen steht auf jeden Fall was ziemlich cooles an. Also ihr solltet jetzt beim Vlog dranbleiben. Denn morgen sind wir bei der Premiere von Jujutsu Kaisen Zero. Ganz, ganz toller Film. Freue ich mich drauf. Gucken wir mal. Einen wunderschönen guten Morgen an dieser Stelle. Es ist Samstag. Es ist 5 Uhr 58. Und das Schönste ist, wirklich das mit Abstand schönste ist, dass es schon hell ist. Herzlich willkommen Frühling. Das ist die geilste Zeit des Jahres zwischen Winterdepression und Frühlingsmüdigkeit. So, ab zum Sport. Out of sight, out of mind, out my way Out of sight, out of mind, out my way Out of sight, out of mind, out my way Out of sight, out of mind, out my way I've been blind to it Yeah All these suckers, all these busts, all these leeches And I'm not blind to it Yeah Get you done or we gon' run or watch me come up off of my music So, da sind wir auch durch mit dem Sport Und ganz kurzer Funfact, wir haben ja das Großprojekt Kinderspielhaus Das hätte schon mit so einem Imprägniergrund bestrichen werden müssen Ihr hattet das gesehen, das hatte ich irgendwie im Donnerstag das letzte Mal gemacht Wir hatten davon zwei 5-Liter-Eimer, die wahrscheinlich gereicht hätten Aber nun ist es ja so, meine Frau ist ja mit mir verheiratet Was heißt, wir hatten nur einen 5-Liter-Eimer, um da zu streichen Weil mir eventuell einer runtergefallen ist Und jetzt dürft ihr mir alle richtig viel Glück wünschen, dass wir hier in unserem Dorfbaumarkt so was haben Wenn nicht Freunde, es ist, äh, was für einen Wochentag haben wir? Samstag 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 Und was könnte man besser machen an einem Samstag, als schön mit dem Kinderwagen ins KDW zu spazieren Nichts, ich weiß nicht, mir fällt nichts Besseres ein Zum Lindner vorkaufen Stimmt, dann geht es noch zum Butter-Lindner Und dann haben wir unsere Samstagspflicht auch erfüllt Morgen dafür, Sonntag, gehen wir ins Büro Und machen noch ein bisschen Firmenunterlagen-Kram Eine lange, dünne, wigsame Treppe Strange Nice Ich hab keine, ich hab keine drei Schritte in den Laden geschafft Ich hatte die Kamera so, die Kamera so am Boden hängen, da hieß es sofort Hier drin wird aber nicht gefilmt Und das Problem ist, jetzt muss ich fragen, weil Ich befürchte, sie haben so ein Zeug nicht mal Verdammt Hallo, es ist Samstag Wir haben ungefähr 17 Uhr Also die Sonne ist schon weg, schade Aber ich bin nicht alleine hier Ich habe weibliche Unterstützung Katha und Anne sind dabei Wir gehen jetzt nämlich noch, bevor es ins Kino geht Und wir uns Jujutsu-Kaisen Zero anschauen Gehen wir jetzt noch ein leckerer Ramen essen In, Achtung, meinem absoluten Geheim Ich sollte nicht verraten, wo der ist, oder? Nein, nein Ist ja ein Geheimtipp Dann kommen alle dahin Der kann man nämlich nicht reservieren Total schwierig Ich zeig's euch trotzdem Nein Nein Für was drehst du das? Für seinen Persönlichen Lecker Ramen gegessen Hat sehr, sehr gut geschmeckt Wie immer Ist wirklich absoluter Geheimtipp Wenn ihr da mal essen geht Bestellt euch die drei Beste Ramen Jetzt geht's nochmal in so einen kleinen Total süßen japanischen Teeladen Sind die Mädels gerade reingegangen Also es ist nicht so, dass ich das entschieden hätte Die Mädels sind da gerade rein Also gehen wir jetzt in den Teeladen Da siehst du, da habe ich ganz vergessen Nur zwei Kunden gleichzeitig Ich muss draußen bleiben So, äh, keine Ahnung wie viele Stunden vergangen sind Ein Waren wir in irgendeiner Form erfolgreich Wir haben was fürs Baby gekauft Sonnenbrillen Stimmt, Sonnenbrillen Brot, wie wir wollten Brot, genau Obstsalat Obstsalat Ein bisschen was zum Schnabulieren Was haben wir denn im KDW gekauft? Kinder, den Kindereimer Ach stimmt, den Strandeimer fürs Baby Und den Strampler Und den Strampler Siehste Babysachen Wir haben auch einen Mantel gefunden Der eigentlich sehr, sehr schick wäre für Nadine Ja Leider kostet der 3.200 Euro Da das ganz, ganz, ganz knapp unter unserem Budget für Mantel Ganz knapp Also, bei 2.9 hätte ich uns ja gesehen Aber 3.2, ne Was für ein absurder Preis für ein Mantel, oder? Der fühlte sich gut an, aber Aber nicht so gut Da zieht das Argument Ich wachse nicht mehr in dich Ne, vor allen Dingen nicht bei irgendwie Drei-Monats-Mieten Hä? Also, ich verstehe das nicht Herzlich willkommen am Cubix Am Alexanderplatz War eine ganze Zeit lang in Berlin Das Kino Steht jetzt aber doch schon ein bisschen länger Aber trotzdem ganz schön hier Gerade angekommen Jetzt müssen wir ganz nach oben Fahrstuhl fährt nicht Ich stehe da hoch Oh Gott Schaut mal, wen ich gefunden habe Es ist Snick, der Igel Okay, wir haben doch ein Fahrstuhl gefunden Das ging viel schneller Ich habe übrigens einen Grauburgunder Äh, Katha, was trinkst du? Ursprung ist ein Rotwein Oh, natürlich schön Äh, und was trinkst du? Bier Gleich geht's los, Freunde Es gab Präsentation Und dann gibt's noch kurz einen Trailer Und, äh, dann gucken wir den Film Ich bin sehr gespannt Wir haben jetzt gute Nachrichten machen Eine Postgatte, die wir aus Frankreich Haben einfliegen lassen Äh, ja, beim Synchron ist es bekannterweise Wirklich gesagt so, dass man als Sprecher Gar nicht, äh, irgendwie vorher weiß Wo man sich einlässt Film ist durch Ich nehme mal ganz kurz die Maske ab Weil ich stehe hier hinten ganz allein für mich Aus dem Leggästchen geplaudert haben Echt immer wieder ganz schön War auch der ein oder andere von euch war auch hier Ja, ich habe gerade das ein oder andere Foto gemacht Das ist immer, ja, immer fast schon so ein kleines Highlight Dann wieder so ein Event zu haben, wo man euch auch treffen kann und so Schön, dass es das wieder gibt Geht, wie gesagt, ins Kino Toller Film, hat Spaß gemacht Und, äh, ja Da ist es jetzt Also, so ein bisschen das Objekt der Schande Es ist Sonntag, äh, die Sonne scheint Und wir sitzen hier Und machen Happy Joy Joy Papierkram im Büro Ansonsten, äh, steht heute glaube ich gar nichts mehr an Weil ich glaube, wir werden den ganzen Tag brauchen Ja, jetzt, äh, stehe ich hier in meinem Keller War gerade nochmal ganz kurz draußen Weil ich was vergessen hatte Und, ähm, ich ärgere mich richtig Krass, dass das, äh, mit dem Häuschen nicht fertig ist Gestern hatte ich ja Hilfe Heute musste ich dann alles alleine machen Hat sich extrem gezogen Und, ja, so richtige, richtige Enttäuschung Dass es nicht geklappt hat Na, jetzt können die Kids da am Nachmittag noch nicht mit spielen Insofern jetzt versuche ich es unter der Woche noch fertig zu machen Und weiß nicht ganz genau, wie, wann und wo ich das in meinem Pensum reinkriege Aber, wird schon positiv bleiben Ah, eine, ich hatte noch was, ich hatte noch was Spannendes Und zwar, pass auf, deswegen stehe ich hier auch so dumm im Keller rum Ich wollte euch mal ganz kurz mitnehmen In den Schöp-Schöp-Hortraum Denn, ähm, ich habe ein Paket von Ubisoft bekommen Und das hat mich richtig umgeboxt, Alter Pass auf, umgeboxt übrigens Fantastische Überleitung Achtung, wir wollen ja hier kurz Position für Kamera finden Und zwar, pass auf, ziemlich awesome ist nämlich folgendes Es kam ein dickes Paket an zu Assassin's Creed Aber, das war Assassin's Creed Valhalla X Andere Firma Ich kann euch hier schon mal ultra-sweeten Hoodie zeigen Also, er hat wirklich geile Applikationen einfach So super-flausch hier drinnen Zumindest in der Kapuze Sieht wirklich ganz geil aus Und da steht es auch schon Hier sieht man es auch am Logo Ein paar Bewanderte werden jetzt schon wissen, warum ich mich so krass freue Das ist einfach ein Paket Assassin's Creed X Venom Venom ist unter anderem der Hauptsponsor der UFC Und das heißt, in diesem Paket waren ultra-nice Richtig fette Venom Assassin's Creed Valhalla Boxhandschuhe 12 Untenhandschuhe Das ist sogar meine präferierte Trainingsgröße Also, jetzt mal ohne Scheiß Es ist nicht sponsert hier Aber das ist ja mal Also, Venom-E Geile Marke, muss ich sagen Wie ich großer Fanboy Habe ich einige Sachen Hat man bei mir auch schon öfter gesehen Und holy shit Sind die was geil, Alter Also, muss ich wirklich sagen Dank geht raus An die Bros und Sizzises Von Ubisoft Für dieses ultra-nice Paket Und natürlich an die Second Wave Von Buris Dass es direkt zu mir geschickt wurde Und nicht ins Büro Weil Jetzt muss ich mich nie mit Olli drum prügeln Schaut mal, was ich bekommen habe Ich habe ein Paket bekommen Mit Assassin's Creed Valhalla Boxhandschuhen Die richtig sweet sind Wirklich von Venom Top-Market Und noch viel geiler ist, dass ich nicht nur einmal Boxhandschuhe bekommen habe Ich habe mal zweimal Boxhandschuhe bekommen Wie geil ist das denn? Danke Ubisoft Danke Ja, und jetzt noch kurz Arbeitszimmer Aber da kann ich euch auf dem Sonntag auch noch was zeigen Passt auf Wir zoomen uns mal rüber So, da sind wir auch schon First things first Grundsätzlich kennt ihr ja schon meine Macke mit Pappaufstellern Das ist Kilian Also das ist ein Pappaufsteller von Kilian Murphy Und ich habe ihn so deutsch wie es geht Kilian genannt Ihr habt ja meinen Motivations-Dwayne Johnson Aus dem Vlog schon kennengelernt Und wer glaubt, dass ich nur im Office meinen Motivations-Dwayne habe Weit gefehlt Another Ich habe auch natürlich in meinem Arbeitszimmer noch eine Lebensgröße Sehr klar, was sonst? Oder Dwayne? Ja, ich dich auch Ich dich auch Also, 5 nach 8 ist jetzt Yay Aber wir sind ganz schön gut vorwärts gekommen Also wir haben das Wichtigste erledigt Baby hat jetzt Hunger Hier ist es auch wieder schick Und ja Das ist das Ende dieser Woche bei mir Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt Denkt dran, Daumen nach oben da lassen Kommentar schreiben Und dann auch im nächsten Video wieder dabei sein Und vorbeischauen Freuen wir uns sehr drüber Vielen Dank Und euch noch einen spannenden Tag Bis dann Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank